Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Ostermärsche im Zeichen der Kriege Ostermärsche als Ausdruck des Friedenswillens in Kriegszeiten Veröffentlicht am 30.324, geschrieben von Anita Farke Ostermärsche als Ausdruck des Friedenswillens in Kriegszeiten An diesem Osterwochenende waren die Straßen Deutschlands wieder mit Menschen gefüllt, die sich in friedlichen Märschen gegen die andauernden Kriege in verschiedenen Teilen der Welt aussprachen. Mit Streitliedern, Plakaten und Transparenten kamen sie zusammen, um ihre Sorge über die zunehmende Militarisierung und Kriegsführung auszudrücken. Die Ostermärsche, die ihren Ursprung in der britischen Anti-Atomwaffen-Bewegung der späten 1950er Jahre haben, sind eine jährliche Tradition, die sich auf den Appell an den Frieden und den Protest gegen Militarismus konzentriert. Inmitten der anhaltenden Kriege rund um den Globus haben diese Märsche in diesem Jahr eine noch größere Bedeutung erlangt. In Berlin und Hamburg, Frankfurt und München sowie vielen kleineren Städten Deutschlands marschierten die Menschen für den Frieden. Die Botschaften auf den Bannern reichten von Frieden statt Krieg bis hin zu konkreteren Aufrufen für das Ende von Rüstungsexporten und die Abkehr von militärischer Intervention. In ihren Reden betonten die Redner den Wert des Friedens und die Dringlichkeit, sich gegen die aktuellen Kriege einzusetzen. Besonders bewegend war der Aufruf eines syrischen Flüchtlings, der seine persönliche Geschichte erzählte und die Menschen dazu aufforderte, sich gegen den Krieg in seinem Heimatland auszusprechen. Die Ostermärsche wurden weitgehend friedlich und ohne größere Zwischenfälle durchgeführt. Die Polizei berichtete von nur wenigen vereinzelten Auseinandersetzungen und die Mehrheit der Teilnehmer respektierte die Auflagen zur Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln im Zusammenhang mit der anhaltenden Coronavirus-Pandemie. Obwohl die Märsche in diesem Jahr erfolgreicher waren als in den vergangenen Jahren, bleibt die Frage offen, wie viel Einfluss sie auf die Politik haben können. Allerdings zeigen die Massenproteste eindeutig, dass das Thema Krieg und Frieden eine hohe Priorität für viele Bürger hat und dass die Forderung nach Frieden ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern von Krieg und Gewalt ist. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.